Die Disablen wir jetzt, der kommt. Aber nicht rausschießen, passt nur auf, dass wir den nicht rausschießen. Sonst haben wir ein riesen Problem. Sag du Ansage, mach Ansage vorher. Geh, Reifen Disablen, direkt die Reifen weg. Stehen bleiben! Aussteigen und die Waffe weg! Letzte Warnung! Aussteigen und die Waffe weg! Ansonsten wird geschossen! Pass auf, die Entdeckung! Ich schieße noch aus, sonst. Nein! Der stirbt nicht in dem Auto. Sie steigen jetzt aus und nehmen die Hände hoch. Ansonsten wird geschossen, das ist die letzte Warnung. Der müsste schon tot sein. Aussteigen, verdammt! Guck mal, der stirbt. Der kann nicht weiter, der Pech hat, ne?